Und, wir machen direkt weiter. Ich hab Glurak in der Führung drin, weil ich hab keinen Bock mir die ganze Zeit so krank zu verlieren. Deswegen habe ich kurz nachgeguckt, was sie hat und sie hat ein Maschock-Angebot. Deswegen Glurak vorne mit Flügelschlag. Zack. Durchbruch ist aber auch nicht schlecht. Also macht jetzt nicht so viel, aber auch nicht gerade wenig. Siehst du, schon im gelben Bereich, also wenig macht es jetzt auch nicht. So, Flügelschlag weg. Zack. Glurak. Level 38. Ja, Kada, aber was ein Drecks-Pokémon. Magma, ne. Da müssen wir eigentlich schon weiterkämpfen. Dann machen wir auch noch einen schönen Flug-Teil. Einen schönen Flügelschlag. Und das dürfte... Nö, macht gar nicht so viel. Okay. Gut. Wir gehen rüber zu unserem neuen Tour-Tag. Sehr strong. Verbrengen. Wir müssen mit Agro-Knappe drauf gehen, das weiß ich jetzt auch nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Die Notenzeit haben wir� so weit. Der Feuerschlag... V-Fräureschlag... Ok. Gut. W-Mhrrm. Vogel-Pokémon, ehje. Dominik, Junge, nein, 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 nein. Was ist denn Feuerwehr? Feuerwehr wäre natürlich schön gewesen, ne. Wir gehen mit Gyorok ein, wegen Vogel, ne, ihr wisst es. Und drücken direkt den Steinhagel. Es ist so nervig, dass die Attacken jetzt so viel machen. Verdammt nervig ist das. Ja, tschüss Dodri, wir wollen dich nicht. Keiner mag dich. Keiner. Pikachu Level 39, das ist gut. Gott. Das ist wirklich sehr nervig. Nein. Ja. Tschüss. Hat das bald auch nochmal an. Ja komm hier, bitteschön. Dann kannst du auch noch gegen mich kämpfen. Ach, Totok. Können wir mit Kadaver oder was machen? Ich weiß es nicht. Komm schon Kadaver, einmal musst du jetzt überleben. Bitte einmal. Ja. Ja, das ist aber auch fies. Ach, Mann. Das ist ein Drecks-Pokémon. Das ist ein dreckiges Drecks-Pokémon. Wirklich ein dreckiges Drecks-Pokémon. So, Pikachu. Ich kann schon... ... 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 austausch nicht möglich ich verarsch komplett habe ich gerade extra dafür noch einen trank ausgegeben supertrank der kostet ordentlich geld pokémon das ist unfair nicht los da nicht verfehlen das ist was ich habe gar nicht auf die dinge Ah, da kämpfen wir weiter. Warum? Warum habe ich immer das falsche Pokémon in der Führung? Immer. Wirklich jedes Mal. Das ist traurig. Oh, komm, weg mit dir, One King. Einfach weg. Weg. Keiner mag dich. Oh, tschüss. Bye. Das war ja super Bild. Super. Höhö, strong. Oh, TM-Sense. Oh, jetzt gucke ich erst mal meine TM-Ding ins TM-Box. Mega-sauber-traumfässer. Warum werde ich jetzt angerufen? Hallo? Der Pokémon-Lead ist wieder am Start. Ja, ich beschwere mich die ganze Zeit. Ja, super. Ja, die ganze Zeit schon. Was meinst du, was sollte man auf einen Glurak für TM's drauf? Also, Feuerschlag würde sich auf jeden Fall anbieten, ne? Ja, macht das viel oder eher nicht so? Mehr als Glut? Ähm, deutlich, würde ich sagen, mehr als Glut. Okay. So, warte. Ja, schwache Feuer, ja gut, dann machen wir das. Und schwupp. Glut weg damit. Ach, die TM ist trotzdem noch da? Ja, du kannst die Beere mal einsetzen, soviel du willst. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt einfach mal durchgehen. Siedewasser, das brauchen wir auf unserem Tourtalk. Hast du schon einen Surfer auf Tourtalk? Das ist auch eine krasse Attacke. Müssen wir noch drauf machen. Mh, machen wir mal, das ist gut. Gegen was soll ich Siedewasser austauschen? Ja, schwierig. Ja, was hast du nur drauf? Ja, Blubstrahl ist kacke. Hab ich noch nie gebraucht. Ja, Blubstrahl, Panzerschutz. Ja, mach Blubstrahl weg. Ja, genau. Ja, klar, mach mal. Oder Aqua-Knarre, ich bin mir nicht sicher. Mh, ist egal. Äh, wo ist jetzt meine Surfer-T-M? Die hab ich doch gerade. Hier, da. Da haben wir so. Ähm, joa, was soll durch Surfer ersetzt werden? Aqua-Knarre, oder? Ja, klar. Die beiden Attacken würden sich viel mehr lohnen als Aqua-Knarre und Spingen. Ja, genau. So. Was haben wir sonst noch drauf? Mega-Sorger, hab ich schon. Ruhe-Ort, was ist dat denn? Das ist, lohnt sich glaub ich aufm Relaxer und sowas, ne? Donnerblitz, Schaufler, Kopfnuss-Zahltag. Schaufler ist aber auch eine krass-Attacke. Hast du die schon auf deinem Geo-Rock drauf? Mh, mh, hab ich noch nicht. Können wir mal. Würde ich dir aber empfehlen, die ist eigentlich ganz cool. Ja, Geo-Rock ist sowieso bei mir noch nicht so stark, deswegen können wir das mal machen. Ähm, mh, Finale ist halt scheiße wegen... Ja, eigentlich schon, ja. Ja, weil das halt direkt kaputt geht. Ja, komm, mach mal so. Erstens, das und zweitens, wenn du noch richtig heftig hochgeleveltes Pokémon hast vom Gegner, dann machst du ihm komm Schaden damit. Ja. So, dann gehen wir erst nochmal rauf. Sorry, mein Geo-Pause ist vorbei, ich muss gehen. Tschüss. Haha, ciao. Hm, Pokémon-Box, was haben wir hier noch? Ähm, tatsächlich haben wir noch ein paar Sachen, die wir vielleicht noch... Gebrauchen könnten, ja, das machen wir noch mal dem Timo zu lösen. Kann man immer mal gebrauchen, ne? Relaxo, immer gut. Ähm, TM-Box. TM-Box, was haben wir hier drauf machen? Hm, haben wir da schon Kopfnuss drauf? Ja, Kopfnuss haben wir das Heftchen drauf. Äh, Fassade, Teleport, Finstle, aber Durchbruch. Ähm, Durchbruch, wie viel Macht das? Äh, das ist Kampf. Das würde ich gerne auf meinem Relax warben. Weil da habe ich nur Drecksattacken drauf bis jetzt. Erholung, Kopfnuss, Schlecker, Gähner. Ähm. Hm, scheiße. Erholung, oh, nee. Das ist kacke. Kopfnuss muss ich eigentlich noch behalten, Gähner. Brauche ich Gähner? Brauche ich Schlecker? Nein, er braucht Schlecker. Weg damit. So, weg. Was haben wir sonst noch? Traumfresser, Zauberschein. Da können wir Zauberschein drauf machen. Okay. Auf das Doofloor. Nee, brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt. Feuerschlag, Surfer und Co. Okay. Gehen erstmal hier durch. Und healen mal eben schnell unsere Pokémons. Hä? Was war denn das jetzt? So, dann geht es im nächsten Part weiter. Und dann sehen wir uns wieder ungefähr an der Stelle hier. Ciao, ciao.